Okay, wie war es wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, es war ein bisschen anders als letztes Mal, muss ich sagen. Es hat sich echt schwer gespielt, das sieht man auch an den Scores. Ich bin ein bisschen wackelig reingestafelt mit einem echt schlechten Drive auf dem ersten Loch, aber habe dann noch das Boogie gerettet und dann eigentlich ganz gut reingefunden. Aber ja, es spielt sich einfach extrem schwer. Ich habe viele Patsen, die Kante rasiert und ja, es ist einfach ziemlich schwierig Bördies zu spielen. Insgesamt bin ich nicht zufrieden, aber ich glaube mit meinem Score heute mache ich mir nichts kaputt und kann auf jeden Fall die nächsten Tage noch alles aufhören und gut spielen.